Hallo liebe Freunde der überteuerten Diabetesförderung. Ich habe fünf Überraschungseier für euch von der neuen Avenger Serie 2020. Gerade habe ich bereits sechs Eier geöffnet von Miragnus & Ladybug und hatte eine tolle Quote. Aus sechs Eiern habe ich vier Figuren rausgeholt. Leider war eine doppelt. Aber ich hoffe natürlich, dass ich hier eine ähnliche Quote bekomme. Die Eier gab es bei Kaufland für 74 Cent und ich bin mal gespannt. Ich hoffe natürlich, ich habe zumindest eine Figur. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe nicht großartig geschüttelt, nur ein bisschen, sondern habe hauptsächlich einfach nur genommen und mal schauen. Nein, wir haben im ersten Ei Schrott. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich dem Schrott hier nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenke. Ich jetzt kurz zusammenbauen und dann aber war es das. Boah, langweilig. Ein oder zwei. Und wir haben wieder kein Glück. Dieses Mal haben wir einen Hubschrauber. Ja, gut. Da hat jetzt unten ein Rad. Wenn man da dran dreht, dreht sich oben das Rotorblatt. Also jetzt auch nichts super besonderes. Langsam wird vielleicht mal die Figur haben. Das sieht, glaube ich, ganz scheiße aus. Genau. Das sieht tatsächlich scheiße aus. Wir haben einen Fidget Spinner. Ja, billiger Plastik Fidget Spinner. Ja, endlich. Endlich. Ich glaube es nicht. Wir haben Spiderman. Und ich muss sagen, vom ersten Blick muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut qualitativ. Ja, gut. Es glänzt wieder so ekelhaft hässlich. Aber wir hatten schon größeren Bockmist drinnen. Ah ja, das gefällt mir. Ah, es gibt Rock'n'Raccoon. Geil. Hoffentlich haben wir Rock'n'Raccoon auch noch drinnen. Irgendwann. Oder Groot. Wäre auch nett. Also da werde ich mir definitiv noch welche kaufen. Die anderen jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr so ganz. Also die Miraculous. Aber wenn die endlich aufgebaut sind wie dieser Spiderman, dann gefällt mir das richtig gut. Und wir haben nochmal den Fidget Spinner. Also in dem Müll. Ja, liebe Leute, das war es schon wieder. Wir haben immerhin eine Figur gehabt. Die Figur gefällt mir sehr gut. Ich bin recht zufrieden mit ihr. Und ja, ich habe gerade fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.